moin leute und willkommen zum nächsten video heute zeige ich euch mal wieder eine neue pocket option strategie bzw ihr kennt diese strategie schon nur heute machen wir das ganze im fünf minuten chart das heißt wenn euch der chart zu lange ist die time frame fünf minuten wir haben das ganze auf dem 1 minuten chart auch schon gemacht und da hat super funktioniert heute zeige ich euch das strategien auch auf dem größeren time frame funktionieren das heißt ihr müsst nicht immer nach strategien suchen die unbedingt jetzt nach eurem time frame den ihr traden wollte entsprechen sondern ihr könnt diese auch in mehreren time frames einfach mal selber ausprobieren und ich zeige euch heute dass das ganze funktioniert aber bevor das video startet ihr könnt wenn ihr noch keinen account habt euch unten registrieren mit meinem link und kriegt dann direkt mal 50 prozent noch mal oben drauf das heißt wenn ihr 100 euro einzahlt kriegt ihr direkt mal 50 euro noch mal oben drauf wenn die 1000 euro einzahlen würde dann kriegt ihr direkt mal 500 euro noch mal oben drauf das heißt lasst euch das nicht entgehen über den link in der video beschreibung könnt ihr euch diese prozente sicher aber jetzt kommen wir auch schon direkt zur strategie und zwar was brauchen wir für indikatoren wir brauchen einmal wie immer eigentlich der stochastic oscillator mit dem arbeite ich eigentlich dauerhaft deswegen sucht euch selber auch wirklich eine strategie raus womit ihr unbedingt arbeiten wollt dann brauchen wir dazu das bollinger band und das war's schon mehr brauchen wir gar nicht so dann ändern wir einmal den time frame hier einmal auf 20 und zwei sack das wäre einmal das bollinger band mehr brauchen wir eigentlich nicht ändern ich kann die farbe theoretisch könnt ihr noch anpassen und so weiter wir lassen es heute einfach mal alles standard damit ihr nicht großartig viel ändern müsst genau wie funktioniert die strategie erstmal geben wir hier komplett in fünf minuten chart und wir gehen hier auf fünf minuten trades falls bei euch die zeit angezeigt wird hier unten einmal auf die flagge klicken habt ihr hier fünf minuten dann sucht euch natürlich die erst mit den höchsten prozenten raus ich habe jetzt erstmal die alle über 80 prozent die hier haben wir noch mal raus mit 60 80 prozent und wie funktioniert die strategie naja ihr kennt sie quasi schon im endeffekt wir gucken auf den stochastic oscillator und warten bis wir das bollinger band verlassen haben bis sich eine rote candle geformt hat die also beziehungsweise in der entgegensätze kennen wenn ihr von unten natürlich kommt dann eine grüne also long candle in dem fall wäre jetzt aber eine short candle dann gucken wir unten ob sich der stochastic oscillator cross das heißt der muss auf jeden fall overbord oversold sein eins von beiden dann muss das ganze gecrossed sein und dann gehen wir hier in den nächsten trade für fünf minuten rein das heißt in dem fall hier seht ihr nach dieser candle hier sieht man schon okay der stochastic oscillator ist hier komplett overbord man könnte jetzt schon die nächste candle reingehen in dem fall hätte ich aber auf den cross noch gewartet und dann hättet ihr die nächste fünf minuten candle aber auch noch mitnehmen können das heißt da habt ihr auf jeden fall ein bisschen spielraum funktioniert nicht immer deswegen achtet einfach auf den cross das ist eigentlich so das wichtigste wenn das geklappt hat dann könnt ihr da in den trade reingehen das heißt ich zeige euch das ganze jetzt am besten direkt an beispielen das ist leichter aber ich glaube so grob ist das verstanden wie das ganze prinzip funktioniert so ich bin hier zwar etwas spät in den trade reingegangen aber ich habe hier eine gute position gefunden für unseren ersten trade und zwar seht ihr hier unten schon desto kassek oscillator cross sich jetzt hier gerade perfekt und ich bin jetzt gerade noch in den trade reingegangen obwohl da schon eine minute kennel vergangen war aber soweit ist der chart noch gar nicht nach unten gemovt daher bin ich jetzt trotzdem noch in den trade für fünf minuten reingegangen und hoffe dass wir damit jetzt auf jeden fall ein win erzielen werden warum habe ich das ganze gemacht auch wegen dem bollinger band weil ihr seht hier oben das wurde perfekt verlassen einmal kurz dann hatten wir eine rejection candle und danach haben wir eine hohe chance dass der preis dann jetzt weiter nach unten geht das heißt jetzt warten wir und dann schauen wir mal ob das ganze ein win wird so da wir ein bisschen spät in den trade reingekommen sind mussten wir jetzt darauf hoffen dass die nächste candle jetzt nicht direkt wieder nach oben hoch geht aber das sieht sehr gut aus damit haben wir hier unseren ersten trade gewonnen und wir gehen direkt zum nächsten trade so manchmal dauert es ein bisschen bis man ein gutes signal wieder bekommt aber hier sehe ich gerade einen perfekten cross und werde deswegen jetzt gleich hier in den trade reingehen genau jetzt werde ich hier fünf minuten short trade gehen wir haben super entry bekommen der preis ging kurzzeitig noch mal sogar nach oben das heißt wir haben hier echt ein top entry bekommen das heißt es heißt es die nächsten fünf minuten warten und dann hoffentlich gewinnen wir diesen trade und ja das dauert manchmal ein bisschen bis ihr euren einstieg einfach findet ihr müsst halt geduldig sein und dann wirklich auf euren richtigen trade warten und manchmal bei der fünf minuten strategie haben wir halt nicht so viele einstiegsmöglichkeiten über den tag verteilt sind es noch jede menge aber natürlich bei der einen minuten strategie könnt ihr alles innerhalb einer stunde abwickeln und bei der fünf minuten strategie da dauert das ganze halt dann mal wirklich ein paar stunden mehr deswegen nehmt euch die zeit wenn ihr dann die fünf minuten strategie anwenden wollt und dann funktioniert das ganze auch wunderbar aber jetzt warten wir erstmal ab ob wir diesen trade ja auch gewinnen so wir haben noch vier sekunden den trade sollten wir aber eigentlich haben ja den trade haben wir noch das war knapp aber wir haben den trade gewonnen das heißt die strategie hat auf jeden fall funktioniert aber ihr seht schon das war hier eine ganz schön bullische candle dann doch noch geworden und jetzt geht das ganze noch weiter nach unten manchmal ist das signal nicht perfekt man denkt vielleicht ist es perfekt aber ist es manchmal gar nicht aber wir hatten hier unten den cross und deswegen war das auf jeden fall dann im ende dann doch ein sicherer trade auch wenn es jetzt ziemlich ziemlich knapp geworden ist aber ja wie gesagt ein trade würde ich euch auf jeden fall noch zeigen das heißt ein beispiel suchen uns hier noch raus so und hier sind wir auf jeden fall jetzt in dem letzten trade das heißt jetzt habe ich hier noch mal ein long trade aufgemacht wir sehen hier unten der stochastic oscillator ist hier gecrossed und möchte jetzt wieder weiter nach oben gehen ansonsten haben wir hier unseren downtrend der ist relativ relativ gut gewesen aber wenn wir uns jetzt mal ein bisschen raus so ganz wichtig dann sehen wir hier unten haben wir auf jeden fall auch widerstände das heißt hier unten auf jeden fall wird der preis reagieren was in dem fall mit der einen kennel jetzt schon gemacht hat mit den fünf minuten aber ich gehe davon aus dass wir hier auf jeden fall die nächsten fünf minuten noch weiter nach oben gehen und eventuell hier oben diesen nächsten widerstand von hier einmal antesten werden daher habe ich jetzt hier unseren letzten trade fünf minuten trade aufgemacht und wir müssen jetzt abwarten ob wir diesen auch gewinnen so 23 sekunden haben wir noch dann werden wir diesen trade auf jeden fall gewinnen und wie ich schon gesagt habe haben wir hier oben jetzt den bereich hier von diesem widerstand hier links einmal noch mal angetestet kann gut sein dass es danach weiter nach unten geht aber das ist uns in dem fall ja sowieso egal das heißt jetzt müssen noch die paar sekunden abwarten und dann haben wir diesen trade auch gewonnen das heißt dann haben wir heute drei trades gemacht das reicht für mich heute hat auch ziemlich viel zeit in anspruch genommen muss ich sagen ich bin eher der freund von der ein minuten strategie aber falls euch die fünf minuten strategie was gebracht hat euch geholfen hat und ihr sagt jo das ist es dann könnt ihr diese natürlich gerne verwenden nutzt gerne meinen link in der video beschreibung um 50 prozent eurer ersten einzahlung noch mal oben drauf zu bekommen das heißt das lohnt sich auf jeden fall und ansonsten würde ich sagen lasst ein like da ein kommentar ein abo falls in zukunft keine strategien oder sonstiges mehr verpassen wollt ansonsten sehen wir uns beim nächsten video bis dahin ciao